So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der dicke eine neue Folge Pokémon GO bzw. das Ausbeute-Video zum Ponita Community Day. Denn heute am Samstag fand der Ponita Community Day statt, 14 bis 17 Uhr, 3 Stunden. Mein Prozedere ist ja immer 14 bis 15 Uhr, eine Stunde rausgehen, eine Stunde Livestream mit dem Handy, mobil. Ihr seid dabei, ihr könnt euch das nachträglich auf YouTube dann immer angucken. Wenn ihr selber unterwegs wart, aber für die, die keine Zeit haben, sich eine Stunde Livestream anzugucken oder den nicht geguckt haben, während er direkt live drauf war, verstehe ich eh nicht, wie man Zeit haben kann, den Stream zu verfolgen, dann kann man doch gar nicht selber spielen. Für die gibt es ja dann immer das Ausbeute-Video, wo ich nochmal kurz sagen möchte, was ist denn so passiert, wie waren denn meine drei Stunden, die nur eine Stunde sind, wie war meine Ausbeute, wie ist unsere Challenge gewesen, denn jedes Mal machen wir ja in der einen Stunde ich und Pupsi. Wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt die meisten Shinies in der einen Stunde und wer fängt das letzte Shiny in der einen Stunde, kurz vor drei. Und ja, ich möchte dann auch die letzte Seite von der Forschung hier abholen. Ich möchte auch die Ponitas, die hier sitzen, noch abholen, mal gucken auf XXL-Ponitas, auf XXS-Ponitas. Und ich glaube, damit möchte ich jetzt auch direkt mal anfangen. Ich gehe mal hier rein kurz und schaue mal, ob wir kleine Mini-Ponitas gefangen haben. Wir haben zwei Stück, wirklich, und zwar das normale XXS hier in klein und das Galaponita auch in XXS 0,4, 11 Kilo, hier 5 Kilo, 0,5. Die können wir beide mal bewerten, alles in Meiningen. Gegenstück, was man natürlich in Showcase setzen kann, ist XXL. Da haben wir auch eins bekommen und guckt den Vergleich an, wie groß und fett und präsent das ist. Das ist schön wuchtig, das sieht gut aus. XXL, 40 Kilo, 1,3 Meter. Im Vergleich jetzt also nochmal das Kleine. Das ist das Kleine, das geht ja total unter. Also wer sowas sammelt, weiß ich nicht, das kann weg. Und hier nochmal das Fette, Große, denn das habe ich gerade nicht bewertet. Und vielleicht wäre da ja was Gutes dabei. Was ist das? 7, 8, 15. Vielleicht ist es auch 8, 9, 15. Wahrscheinlich ist es 8, 9, 15. So. Wie hat der CD angefangen? Wir sind also raus. Jonas war dabei, Spaziergang. Es war natürlich wieder verkackt mit dem Stream. Ich habe den Stream wieder am Handy erstellt. Am PC habe ich den Titel und das Thumbnail ergänzt. Dann geht man raus, drückt beim Handy auf Start und dann überträgt das den Stream. Das Spiel, was du eingestellt hast, das passt. Die letzten paar C-Days passt das einfach nicht mehr. Weil du stellst was Screencast ein, damit es weiß, du willst nicht deine Fresse screenen. Du willst ein Screencast machen, wo du ein Spiel einstellst, damit es weiß, es macht eine Kamera. Eine kleine Selfie-Kamera, wo man dich sieht und ansonsten filmst du deinen Bildschirm ab. Das passt auch die ganze Zeit. Selbst die Vorschau wird genau so angezeigt. Und in dem Moment, wo ich auf Starten drücke, habe ich eine große Selfie-Cam, die nur mich zeigt. Und das bringt es nicht, weil dann seht ihr ja das Spiel nicht. Das war diesmal auch wieder so. Ich muss dann jedes Mal den Stream nach ein paar Sekunden abbrechen. Das wird hochgeladen. Die Leute klicken drauf und denken, hä, 10 Sekunden Stream. Und muss dann dort vor Ort schnell den Stream am Handy neu erstellen, wo ich kein Bild einstellen kann in dem Moment, wo der Titel meistens verkackt ist. Und ihr dann einfach 10 Minuten später merkt, oh, der hat ja einen neuen Stream gemacht. Da gehen wir jetzt mal drauf. Also in letzter Zeit ist das gefühlt immer so. Wenn ihr wisst, woran das liegt oder wie man das umgehen kann, dann sagt mir Bescheid. Dann ging es los. Pupsi rennt rum. Nach gefühlt 10 Sekunden ging es auch gleich shiny bei ihr. Und sie hat das erste Shiny gehabt. Das ist Gala. Sie hat gefühlt auch fast nur Gala Shinies bekommen. Ich habe auch die ganze Zeit Gala Shinies bekommen dann. Habe gedacht, das wird nichts mehr. Jetzt gucke ich ganz kurz erstmal nach 4 Sternen noch. Ist ein Hunderter dabei gewesen. Wir sehen, hier ist kein Punita dabei. Das letzte, was hier drin ist, ist ein Voltoball. Ein getauschtes Ho-Oh, getauschtes Rai Quasa, ein erlöstes Lugia. Das ist cool. Aber es ist kein Punita dabei gewesen. Wenn wir jetzt hier drauf gehen. Punita und Alter 0. Kann ich kurz überprüfen, wie viel ich heute gefangen habe. Aber 236 in der 1 Stunde, obwohl das auch nicht stimmt. Ein paar musste man ja für die Aufgabe schon verschicken. Und wir waren danach noch kurz kaufland. Nochmal diese Afterlife Thunder holen, wovon ihr heute Abend im Video seht. Denn die fand ich wirklich so gut, dass ich die nochmal gekauft habe. Und danach sogar nochmal gekauft habe. Und mir jetzt sogar ein ganzes Sixpack davon geholt habe. Anders als diese Electric Pepsi Blue Dings Kacke. Das war nichts, aber die Afterlife Thunder fand ich richtig gut. Aber da seht ihr ein Testvideo heute Abend. So, da ist das Go Plus Plus noch ein bisschen gelaufen, während man noch einkaufen war. Und da gab es auch noch ein paar Shinies. Ich habe, glaube ich, sechs Shinies gehabt, als ich um 15 Uhr den Stream beendet habe. 15.05 Uhr hatten wir auch einen Raid angekündigt mit Groudon. Weil der ab heute neu da ist. Den haben wir dann vor Ort am Schloss Elisabettenburg gemacht. Ein Video gemacht. Das Video kommt morgen vom Groudon Community Raid am Schloss. Zehn Leute eingeladen waren dabei. Oleg Oleg war auch dabei. Der ist mir im Stream aufgefallen. Hat mal geguckt. Der kommt wohl aus Polen. Grüße an den polnischen Oleg. Ansonsten haben wir also 236 hier so drauf gehabt. Wenn man mal guckt. Das Kleinste, was wir haben. Also die kleinsten Bonitas, die da sind, sind wohl die normalen. Und die Größen, die wir haben, sind die Galateile. Weil die Galateile höher kommen als die normalen oder wie? Oder Zufall. Guckt mal, nach WP sortiert ist oben alles voll mit den Galaponitas. Und die kleinsten sind alle die ganz normalen. Das geringste hier hat 260. Und hier hat das geringste 20. So. Wie sieht es jetzt aber aus mit den Shinies? Wenn ich hier draufgehe, mal auf Shinies und zuletzt gefangen. Ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück am Ende des Streams. Und durch das Go++ unterwegs beim Einkaufen sind nochmal ein Gala. Das hier. Und die letzten 4 Bonitas aus Kando dazugekommen. Die können wir jetzt kurz aber auch noch bewerten. Das war das Erste, was ich... Nee. Hä? Das Erste, was ich gekriegt habe, war doch nicht das, oder? Ich hatte doch als erstes eigentlich so eins, dachte ich. Oder hat das das Go++ doch mitgenommen? Vielleicht hat das Go++ das mitgenommen. Kurz am Anfang, wo ich noch Level-Ups gemacht habe und habe das gar nicht bemerkt. Das Erste, was ich nämlich gesehen habe, war das. Das habe ich im Stream direkt gefangen. Man hat das gesehen. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass davor schon das da war. So, wir bewerten das mal. Das hat 2 Sterne, das hat 3 Sterne. Das sieht sehr gut aus. 1 Stern, hier haben wir wieder 2 Sterne. 0 Sterne, 0 Sterne. 3 Sterne, 15 Angriff. 1 Stern, 0 Sterne, 1 Stern, 0 Sterne. Und das war es dann auch schon. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich jetzt die immer durchentwickeln einmal. Damit der Shiny-Decks-Eintrag da ist. Und dann kann ich die eigentlich wegschmeißen. Ich denke, jeder, der den C-Day heute gespielt hat, hat ja Ponita in Shiny bekommen. Ich glaube, wer heute nicht gespielt hat, der hat halt nicht gespielt, weil er keinen Bock hat. Und wer gespielt hat, der hat das alles bekommen. Das musst du also alles nicht aufheben, weil es einfach keinen Wert hat. Hier kann ich jetzt noch was abholen. Vielleicht ist hier jetzt noch irgendwas drin. 709 steht hier drauf. Ich muss sowieso jetzt mal gucken. Ich habe hier ja noch etliches rumliegen bei mir. Das möchte ich noch alles abholen. Oh, 712. Ich hatte vorhin gesehen, ich hatte einen 705er und habe gesagt, es muss auf jeden Fall über 705 haben aus der Quest. Das hat 712, hat 3 Sterne, ist aber auch immer noch schlecht. Und 709 aus der Quest. Das können wir uns auch kurz angucken. 13, 13, 13. Ist okay. Ich habe die letzte Seite von der Forschung aufgehoben. Danke nochmal an Henry Nicky, denn der hat mir wieder das C-Day-Ticket geschenkt. Auf der letzten Seite habe ich jetzt nochmal Bälle. Bären, eine Begegnung mit Galabonita 716. Das ist aber jetzt viel, oder? Und bestimmt noch einem ausgewachsenen. Hier drei Sonderbonbons. Danke dafür. Die fließen immer alle in Mewtwo. Ein Galoppa, ein ausgewachsenes. Guckt mal, wie das leuchtet. Großartig. Auch mitgenommen. Ist auch drin. So, die zwei müssen wir jetzt auch kurz mal bewerten. 14, 14, 13. Und schlecht. So. Stromstoß. Ist das GBL relevant? Ich spiele keine GBL. Also brauche ich das eigentlich auch nicht. Ähm. Noch ganz kurz für euch. Wenn ihr den Legios Raid Day gespielt habt. Guckt mal bei euch in dem Event-Tab oben links. Die, die das Legios Ticket hatten für den Raid Day. Haben eine Entschädigung bekommen, weil es am Ende bei den Boni ja ein paar Probleme gab. Die können sich hier also noch ein Sternstück. Also zwei Sternstücke. Zwei Sternstücke, zwei Glückseier, fünf XL Sonderbonbons abholen. Und drei Raid Pässe. Drei Premium Raid Pässe. Also das finde ich cool. So eine Entschädigung. Für die Leute, die von 17 bis 22 Uhr noch rumgemacht haben. Und noch irgendwas machen wollten. Ich nicht. Habe ich trotzdem jetzt eine Entschädigung bekommen. Und das finde ich cool. Also danke dafür nochmal. Und jetzt wollen wir das noch fangen, was hier ist. Denn es ist jetzt alles weg. Wir haben bei Events alles abgeholt. Wir haben bei Heute alles abgeholt. Wir haben bei Spezial alles abgeholt. Und jetzt gucken wir, ob wir hier direkt einen Live-Shiny noch zünden können. Was wir dann ins Thumbnail reinarbeiten können. Deswegen fangen wir alles weg, was hier sitzt. Wird noch ein Shiny dabei sein? Wird es jetzt nochmal glitzern? Live. Wird es ein Gala sein? Wird es ein Kanto sein? Es bleibt spannend. Wir drücken überall mal drauf. Da ist es. Da ist es Live-Shiny 633 WP. Und es freut mich, dass es das Blaue ist. Es freut mich, dass es das ist. Aber es sitzt immer noch so viel hier rum. Kommt jetzt noch mehr hinzu. Wir drücken alles an. Ich muss auch ehrlich sagen, also dieses Feen Bonita sieht ja sehr niedlich aus. Aber ich finde trotzdem, das Kanto, das Original, das ist einfach, das ist das Beste einfach. Und gerade als Shiny mit der blauen Flamme, dieser Unterschied, der ist einfach so heftig, so genial gleichzeitig. Also das finde ich cool. Wer noch keinen Shiny Bonita hatte, hat sich hoffentlich heute eins mitgenommen. Ansonsten, wie gesagt, Pech. Kommt ja alles zum Super-Sea-Day Ende des Jahres vielleicht wieder. So, hau ruhig drauf. Guck mal, das sind Hyperbälle. Da brauchst du auch nicht gut werfen. Da haust du einfach drauf. Und dann bleiben die alle drin. Oder bleiben die überhaupt drin? Jetzt. Jetzt ist eine ganze Scharsch weggegangen. Weil die sitzen nämlich. Ich werfe die ganze Zeit und die sitzen trotzdem. Man denkt, die gehen gar nicht weg. Und wie es aussieht, war es das. Also es wird wohl kein weiteres Shiny dazukommen. Aber es hat wieder mal geklappt, dass bei den letzten Pokémon, die wir hier fangen, noch ein Shiny dabei war. Jetzt noch ein Shiny Nebulak. Das wäre es gewesen. Ist nicht. Hör auf. Mach jetzt doch keine Faxen. Und jetzt muss ich natürlich noch mal bewerten nach 4 Sterne, um zu gucken. 4 Sterne. Hätte ja sein können, dass da jetzt noch ein 4-Sterniges dabei ist. Ist aber nicht. Also kein Hunderter. Kein Hando. Das war es von meiner Seite aus. Schreibt es mal rein. Wie viele Shinies habt ihr heute bekommen? Jetzt muss ich noch mal nachgucken, weil ich jetzt wieder den Überblick verloren habe. 3, 6, 9, 12. Also 12 Shinies und ich sehe schon, plötzlich hat die Kando-Variante gewonnen. Und es sind nur 4 Gala dabei, die früher mega selten waren und jetzt einfach so verheizt werden. Also mir hat das C-Day Spaß gemacht. Das Wetter war auch gut. Es war nicht zu warm. Es war nicht zu kalt. Man ist in Bewegung geblieben. Die Sonne kam dann raus. Ich habe eine blöde Mütze aufgehabt. Community Raid noch mit erledigt. Oleg Oleg kennengelernt. Grüße rausgegangen. Gold Stops gedreht. Wie war euer C-Day? Schreibt es rein. Peace out Vorhaut. Euer Ramses.